5 Leute in dieser Feste. Meine Brauerei überhaupt schon... Ich hab doch überhaupt gar kein Bier. Ich meine, ich hab die schon angefangen zu bauen, aber es braucht halt Holz. So, ja. Ich bin ja gerade so ein bisschen... Also die ganzen Sägewerke arbeiten natürlich, aber die müssen auch erstmal hinterherkommen. Mhm, klar. Deswegen, ich hab jetzt zwischendurch nochmal eine neue Holzproduktion und so gemacht. Ich hab zwei Schmieden in einem Bau. Keine ist fertig. Ich hab 17 Eisen, yay. Also er hat schon mal geschmolzen, weil ich hab ja eine Eisenschmelze fertig. Ich hätte die ganzen Bergwerke abreißen sollen vorher, aber ist egal. Wir brauchen vier Holz pro Stück. Ich weiß, ich reiß diese Festung ab. Brauch ich hier überhaupt gar nicht. Eine gute Idee. Dann hab ich da wieder neues Holz, was benutzt werden kann. Bring doch einfach mal hier so ein Holz zu dieser Schmiede, dann... Naja, das wird auch nichts bringen. Ja doch, der kann da schon mal produzieren. Und als nächstes am besten da ein Holz zu dieser Brauerei. Okay, kann da auch schon mal produzieren. Und dann machst du das Sägewerk und die Holzfäller und so hier fertig und dann bin ich glücklich. Stellenweise. So viele Steine? Du hast 500 Steine. Oh, okay. Glaub ich dann... Okay, ich hab 500 Steine. Ich hab auch einfach mal 200 Brote in meinem Lager. Also genug Essen hab ich. Soldatennachschubesklapp. Äh, ja, ich weiß. Da hab ich ne Idee. Wenn wirklich das einzige, was... Was ich... Was mein Problem ist Holz ist, dann mach ich einfach mal ne riesige Holzproduktion. Irgendwann muss es ja dann... Wäre nicht schlecht. Gut gehen. Irgendwann muss es einfach verbessert dann sein. Werden. Wie auch immer. Ja, er baut schon mal hier das Sägewerk weiter. Aber das bringt auch nichts, wenn ich keine Baumstämme habe. Ich kann nicht abreißen. Ja, sehr schön. Das Daraus ist fertig. Oh, da ist noch ein Soldat, den ich ausladen kann. Stimmt, da kann die auch nochmal kommen. Ja? Auch gleich mal einen gefunden. Noch einen. Könnte ich mal einen Förster hinsetzen. Ah, Soldat durch Katapult getroffen. Nope. Ich reiß diese Waschtube ab. Nope. Das kann ich mir nicht erlauben. Oh scheiße, ich hätte die... Ach, ist auch egal. Ich hätte die Fahne nicht abreißen sollen. Mir passiert. Ach so, hab ich abgerissen. Ja. Nächster. Okay. Da war es noch der J Oh, ich meine, Front aus Katapulten, weil genug Steine habe ich ja. Okay. Oh, ich meine, Front aus Katapulten. Oh, fertig gearbeitet hier. Ein weiteres Holz. Oh, die Brauerei ist bald fertig. Sehr gut. Und der Holzfäller ist fertig, das ist auch schön. Ah, Wachtturm besitzt. Hier kann ich noch eine Wachstube auslagern, das ist auch schön. Kann ich mal Münzen hinbringen in diesem Wachtturm? Einfach, weil ich es kann. So. Ich habe noch eine ganze Menge auslagbare Barten. Ich mache das immer lieber von Anfang an. Ja, hätte ich vielleicht auch machen sollen, aber... Ja, Soldaten-Nachschub ist knapp, ich weiß. Oh, die Schmiede läuft. Ja, da werde ich schon wieder angriffen. Und die Brauerei läuft. Ich habe auch gesagt, du sollst dich zurückziehen. Na ja, das geht schon. Das sieht man nur mit einem General und einem Wachtturm. Ich glaube, das kann ich sowas schaffen. So, wo war denn meine andere? Ja, oder auch nicht. Wo war denn meine andere Eisenproduktion? Ist die noch weiter in... Ach hier. Ah, die Schmiede läuft auch. Ist gut. Jo, ich werde angegriffen. Ich glaube, der hat sich angegriffen gefühlt, als ich hier angefangen habe, Kontapulte zu bauen. Zum Glück habe ich hier zwei Festungen und einen Wachtturm. Das sind zwar nicht alles Generäle, aber... Meine Fresse, wie viele Generäle hat der denn hier? Hier ist ein Offizier von mir. Okay. General. Oh, oh, oh. Könnte knapp werden. Ah, jetzt noch ein General. Ja, abgewehrt. Wir haben sogar unterschiedliche Haarfarben. Oh mein Gott. Fuck. Ich hoffe, der Festung da oben hilft noch ein bisschen weiter. Weil das sind eindeutig zu viele Generäle. Vielleicht sollte ich hier auch mal die Munds zu Führern machen. Einfach, dass... der besser wird. Okay, jetzt sieht es schon besser aus. Der eine... Oh, die Festung ist fertig. Eine General geht zurück zur Festung. Ah, die wird auch gleich schnell besetzt. Das ist nice. Aber Münzen darf ein Auto-Head ankommen. Ah, pfff. Ah, okay. Ich glaube... Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich noch einen... wenigstens einen General verlieren werde. Ja. Aber ich glaube, den Angriff werde ich abwehren. Zum Glück habe ich hier schon mal relativ schnell Münzen hingebracht. Ah, Angriff abgewehrt. Sehr schön. Aber das Problem ist, dass jetzt wahrscheinlich keine Soldaten nachkommen werden. Die, die er mir jetzt... Ach so, ja. Oh, der hat diesen ganzen Wachturm leergefegt. Oh, oh. Ah ja. Ich hoffe, diese Wacht... Dieser Wachtturm da kann mir... Äh, Wacht... Diese Wachtstube kann mir ein bisschen helfen. Die Festung da ist auch voll. Ne, nicht voll. Aber, ja. Ja, hier mach mal Gold an. Da ist auch Gold an. Ist gut. So, du Brauerei. Arbeitest du? Oder hast du keine Lust? Sind zwei Bauernhöfe um dich herum. Eigentlich sogar vier. Aber, naja. Sogar fünf. Einer ist noch nicht fertig. Ähm. Ah, da ist, glaube ich, ein Soldat entstanden. Ja, da ist ein Gefreiter. Yay! Da ist gerade einer rausgekommen. Okay. Okay, es fängt jetzt an. Das ist gut. Ich hab zwei Schmieden, eine Brauerei. Immerhin. Ah, kein Rohstoff- und Kohlewerkwerk. Nee. Nee. Aber das könnte... Das könnte tödlich für mich werden, wenn ich keine Bretter habe, um ein neues Bergwerk zu bauen. Aber, naja. Ähm, ich bin ja gerade dabei. Ich meine, selbst, obwohl ich null Bretter in meinem Lager hatte, sind die Sachen doch relativ schnell fertig geworden. Einfach, weil die Sägewerke immer mit... trotzdem mit Baumstämmen, ähm, halt zugeliefert wurden und hatten dann was zu tun, etc., etc. Ich habe eine konstante Brettproduktion, die einfach nur zu langsam war. Und deswegen hatte ich null Bretter. So. Ja. War ein langer Zeitraum zu langsam. Werde wieder angegriffen, aber diesmal habe ich... Oh, ich werde auch angegriffen. Leute. Oh, mein Gott. Nein, geh doch weg. Wie viele Generäle hier schon wieder sind. Geh doch weg. Ich will dich hier nicht haben. Nein. Alter, der Offizier hat keinen einzigen getroffen. Es. Äh. Ich glaube, ich muss meine Festung abreißen. Wieso bist du hier? Kannst du nicht verschwinden? Oh, Gott. Geh doch weg. Ich will dich hier nicht haben. Ja, Angriff habe gewährt. Cool, meine Festung ist leer. Das ist hart. Oh, mein Gott. Ich werde diese Festung abreißen. Definitiv werde ich diese Festung abreißen. Mein Gefreiter da oben wird diesen General nicht... Oh, er hat den General umgebracht. Aber es war kein Gefreiter, sondern ein Offizier. Hallo, ich brauche nur Leute, die hier helfen.